Einschlafen in Tolkiens Welt Heute Gollum Bevor er zu Gollum wurde, hieß er Smergol und gehörte zu dem Hobbit-Volk der Starren. Zeitangaben Gollum wurde im Jahr 2430 des Dritten Zeitalters als Smergol geboren. Circa 2463 des Dritten Zeitalters erwirkt Smergol sein Freund Deagol und kommt so an den einen Ring. Gollum starb am 25. März 309 des Dritten Zeitalters. Beschreibung Leben als Smergol Smergol wuchs in einem starren Dorf am Fluss Schwirtel in Wilderland auf. Da Smergol mutmaßlich eine Weise war, wuchs aber seine Großmutter auf, die gleichzeitig die Matriarchin der kleinen Hobbit-Gemeinde war und erlebte mit ihr in einer Höhle in den Flussböschungen. Smergol war sehr neugierig und von Wurzeln und Ursprüngen der Welt fasziniert. Allerdings schaute er nie zum Himmel. Sein Kopf und seine Gedanken waren nach unten gerichtet. Um das Jahr 2463 des Dritten Zeitalters ging er am Morgen seines 33. Geburtstages mit Deagol, einem Freund und nahem Verwandten, zum Fluss um zu angeln. Wohl um Fische als Geschenk für seine Großmutter, die Matriarchin zu fangen. Als Deagol, der von einem Fisch unter Wasser gezogen wurde, wieder auftaucht, saß Mergol zum ersten Mal den einen Ring, den Deagol am Grunde des Flusses fand. Um an den Ring zu kommen, den sein Freund nicht freiwillig hergeben wollte, erwürgte er diesen. Schon bald begann er, die Kräfte, die der Ring ihm verlieh, für böse Zwecke zu nutzen und wurde von seiner Familie gemieden und schließlich verstoßen. Er wanderte den Anduin aufwärts und, weil er Sonnen- und Mondlicht hasste, verkrochte er sich schließlich in Höhlen unter dem Nebelgebirge, wo er über 400 Jahre lang hauste und langsam zum Gollum wurde. Leben als Gollum Der Name Gollum wurde ihm von den Nordmenschen gegeben, weil er bei Fresslust, Wehleid oder Entrüstungen einen Schmatzlaut von sich gab. In der Sprache der Nordmenschen war es Tral, was Graben oder sich Einschleichen bedeutet. Als er den Ring 2941 des dritten Zeitalters am Bilbo-Beutlin verliert, gibt dies seinem Leben einen neuen Sinn. Er muss den Ring wieder gelangen. Auf seine Suche nach Bilbo fällt Ersauron den dunklen Herrscher in die Hände und verrät ihm unter Folter alles über den Ring und den neuen Besitzers Beutlin aus dem Auenland, wodurch er Sauron Aufmerksamkeit auf die Hobbits lenkt. Sauron lässt Gollum zwar laufen, doch schon bald nach seinem Fortgang aus Mordor wird er wieder vergefangen genommen, diesmal von Aragorn und Gandalf, die schon lange nach ihm gesucht hatten. Sie übergeben ihm den Gewahrsam der Waldelben unter König Thranduil im Düsterwald. Gollum kann jedoch durch die Hilfe einiger Orks fliehen und spürt Frodo und die Gefährten auf, als diese im Jahr 3018 des dritten Zeitalters die alten Zwergebinge Moria durchqueren. Er verfolgte sie heimlich bis zu den Grenzen Lothloriens und danach mit Hilfe eines Baumstammes über den Anduin bis zum Auseinanderbrechen der Gemeinschaft bei Parth Galen. Danach verfolgt er Frodo und Sam Gamchi auf deren Weg nach Mordor. Er wird bei der Wanderung über den Ämeln Myrille entdeckt und gefangen genommen. Um sein Leben zu retten, bietet er ihn an, sie auf sichere und Saurons mahnen unbekannten Pfade bis nach Mordor zu führen. Auf dem Weg über den Pass von Zeret-Ungol verrät Frodo und Sam an Kankra, in der Hoffnung dadurch den Ring zurückzugewinnen, wenn die Spinne die Kleider ihrer Opfer wegwerfen würde. Nachdem dies missglückt ist, folgt er ihnen bis zum Schicksalsberg, wo er, wenn auch unfreiwillig, für die Zerstörung des einen Rings sorgt. Er beißt Frodo, der sich nicht von dem Ring trennen kann, den Finger mitsamt Ring ab und stört im Freudentaumel in die flammende Schicksalsklüfte. Filmtrilologie Obwohl Gollum im Film als computeranimierter Charakter auftritt, wurde er beim Dreh vom Schauspieler Andy Serkis dargestellt, dem auch seine Stimme leit. Nach den Dreharbeiten widmete Andy Serkis Gollum das Buch Gollum auf die Leinwand gezaubert. In der deutschen Version leitet Andreas Fröhlich Gollum seine Stimme, der auch bei der deutschen Synchronisation der Filmtrilologie Regie geführt hat. Etymologie Der Name Gollum wird als reine Lautmalerei angegeben, während seinen echten Namen Smergol viel eher Tolkiens verschachtelte Denkweise bei der Namensverleihung zugrunde liegt, denn der Name enthält in der indogernomanischen Sprachwelt etliche miteinander verwandte Wurzeln. Smergol lässt sich leit von dem altenglischen Smygul, sicher eingraben, ableiten, welches dann auf das deutsche Schmieren und Moda zurückführt. Schmieren enthält die indogermanische Wurzel Smoi, ebenso wie Moos, Sudeln und Schlemmen. Im Althebräischen gibt es Smeri, worauf das jüdische Schmuro Bewachung Wächter entstand. All diese Herleitungen passen auf Gollums Charakter und Persönlichkeiten sehr gut und lassen sich kaum als Zufall bewerten, zumal Tolkien auch für seine Leidenschaft für die indogermanischen Sprachen und deren Etymologie berühmt war. Weitere Informationen Den Namen Gollum erhielt er nach einem Laut, den er von sich gab. Er nennt den einen Ring »mein Schatz«. Er führt oft Selbstgespräche mit dem Ring und spricht in der Wir-Form. Gollum besitzt nur sechs Zähne. Seine Lieblingsnahrung sind Tiere, vor allem aber Fische, die am liebsten roh und zappelnd ist, aber Orks und anscheinend auch Menschenfleisch verschmäht er ebenfalls nicht, wenn er es bekommen kann. Gollum hat eine große Vorliebe für Rätsel. Als Bilbo in »Der kleine Hobbit« nachher er den Ring gefunden hat, auf das Geschöpf Gollum trifft, beginnt zwischen den beiden ein Rätselwettstreit, welches Bilbo für sich entscheidet. In der Rätselszene in »Der kleine Hobbit« spült Tolkien das erste Mal auf die Tatsache an, dass Gollum ursprünglich ein Hobbit ist, als er beschreibt, dass Gollum das Rätseln von anderen seltsamen Höhlenbewohnern kennt. rmet ist de galle